Psychotherapeutin, Frau Dr. Müller-Ingrit. Hallo, ich spreche mit der Frau Dr. Müller. Ja, hier ist Meier. Ich habe ein Problem. Ich denke ständig an grosse Frauen mit grossen Händen, die mir den Mund zuhalten. Und ich finde das ein bisschen, ja, ich brauche wahrscheinlich eine Therapie, vermute ich mal. Dürfte ich bei ihm vielleicht mal vorbeikommen? Ja, morgens um 11 Uhr, das wäre, das geht, ja. Um 11 Uhr, hm? Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören, Frau Dr. Müller. Ah, das muss mein nächster Patient sein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Komm, Sie rein liegen. Boah, so klein habe ich eigentlich schon immer geträumt. Groß, große Hände, wahrscheinlich. Ja, dann wollen wir mal sehen, was unsere großen Hände unserem kleinen Patienten denn Gutes tun können. Hm? Wovon träumen Sie immer? Was ist Ihr Wunsch? Was würden gerne? Große Hände. So, jetzt kommt die dritte Phase der Therapie. So, jetzt kommt die dritte Phase der Therapie.